Ah, na also, jetzt müssen wir diese Treppe hinauf. Nicht mehr zicke zacke, sondern geradeaus. Wenigstens etwas. Oh nein, das ist der Volter. Ja, ist das so schön. Ohne Fleiß kein Preis, aber dieses Training ist schlimmer als die Hölle. Du willst schon schlapp machen? Ich bin wirklich enttäuscht. Tut mir leid. Wenn ich meine Überschallfolge nehmen dürfte, wäre ich viel schneller. Ja, ist das so schön. Das ist das so schön. 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 Das so schön.